Ich muss mich aufwärmen. Wärme dich an den Heizkörpern auf, wenn der kalt ist. Und damit herzlich willkommen zurück zu Still Wakes the Deep. Draußen regnet es, es ist ein bescheidenes Wetter. Heizkörper benutzen. So, durchsuche den Wohnbereich nach Überlebenden. Tja. Hoffentlich gibt es welche. Okay, okay, okay. Hier ist ein wunderschöner Weihnachtsbaum. So, außen ist bescheidenes Wetter. Alter, sieht aber geil aus. Okay. Okay, let's go. McCleary hier. Cass, es ist O'Connor. Ich habe Bruce und Burgess mit mir. Du wirst was gehen. Nein, aber wir haben etwas. Du musst rauskommen. Du musst mich nicht sagen. Du musst mich einmal sagen. Hör, etwas ist falsch in Engineering. Es ist nicht sicher. Wir gehen durch die Legen und kommen durch die Unterricht. Renne, besser geben die Evacuierung. O'Connor. Du musst durch die Abwehrung. Du musst durch die Abwehrung. Es ist alles gebrochen. O'Connor. O'Connor. So, wir waren in der C-Säule. Jetzt sind wir bei den Wohnbereichen. Das ist die 7. Okay. Naja. Wir werden das schon irgendwie... Wir werden das Kind schon schaukeln. Na, das ist wieder so ein Ding. Das breitet sich ganz schön schnell aus hier. Aber ich kann da ja auch nirgendwo rein, glaube ich, oder? Oder haben wir hier irgendwo einen Lüftungsschacht oder sowas? Gut, ich muss doch anscheinend auf die andere Seite. Ah, ich gucke mal. Vielleicht gibt es ja irgendwo Achievements oder sowas. Okay. Der Weg ist versperrt. Wir müssen durch diese Tür. Crew Launch. Aha, okay. Wir gehen mal hier lang. Oh Gott, was ist das? Was zur Hölle? Trotz, ist das du? Ich kann dich hören, Mann. Öffne die Tür. Ich kann dich hören, Mann. Trotz, die Tür ist verletzt. Ich kann dich nicht hierher. Was ist das, Mann? Du hast es verletzt? Jesus Christ. Jesus Christ. Trotz! 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 Was ist da nur passiert? Ich würde mir alles hier mitnehmen, ey. Okay. Ein bisschen umsehen möchte ich mich trotzdem. Tja, Nordsee. Soweit das Auge reicht. Schenken wir noch Fernseher. Gucken wir nochmal. Zigaretten. Das gute alte Bild. Naja. Also hier weiter. Okay. Dann einmal durch diese Tür. Hallo? Alles verbarrikadiert. Und das innerhalb der letzten Stunden. Minuten, wie auch immer. Komm ich da durch? Nein, da kann ich nicht durch. Anscheinend hat die Kantine geschlossen. Machen wir mal hier rein. Leute sind sterben, Roy. Dead? Wer ist dead? Wie? Douglas. Trotz, ich denke. Ich weiß nicht. Es ist das Ding. Ich denke, es ist das Ding. Ich weiß nicht was, was ich glaube. Ich weiß, was ich nicht? Ich weiß, ich wirklich. Ich sah etwas auf dem Deck. Ich bin, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich schaffte die Tür. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Wir müssen. Wir müssen. Wir müssen. Wir müssen. Jetzt. Werenneck zu sagen? Werenneck zu sagen. Werenneck? Werenneck. Du denkst du, wir sind wir? Wir sind. I wouldn't want everybody back at work if we were at the bottom of the North fucking sea. Right. The life box then? Aye. You stay. Barricade the door. Let me clear a path and once we're ready to go, I'll come and get you, right? I'll be here, don't worry. Getting some extra present. We're gonna need them. Cass, I'm... You won't leave me? No. It's bloody terrifying up there. I'm not leaving you, pal. I wouldn't blame you if you did, mate. You've got all the food in here for a Starbucks. Listen, your man upstairs on the case and I'll see you soon, right? Okay, da unten können wir durch. Digga, mach keinen Scheiß. Ich hol dich gleich ab, ja? Okay. Okay. Oh, man. Okay, das war die andere Seite also. Ach, du Scheiße. Was ist das nur für ein Ding? Was ist das 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 für ein Ding? Dann gehen wir hier lang. Da ist zu. Oder wir quetschen uns einfach mal hier durch. Aber was können. Da war Cass, der Supermann sind. Ach, du Scheiße. Holy Shit. Alter. Alter. Alter, guck mal. Alter, guckt euch mal das Auge an. Das bewegt sich noch. Die leben noch. Ach, du Scheiße. Alter. Alter Schwede. Da geht's nicht rein. Alter. Boah. Alter. Alter. Und wer dreht da durch? Ah, da können wir weiter. Okay. Gut, dass wir halt immer einen Schraubendreher dabei haben. Ein guter Mann. Und durch jetzt hier. Okay, irgendwer dreht durch. Irgendwer dreht durch. Nehmen. Das können wir dann werfen quasi. Das können wir dann werfen quasi. Ach, will ich das? Irgendwo Spinde hier zum Verstecken. Oh, guck mal hier. Hier. Echt mal. Rotze hier. Okay, wir kriegen verdammt viel Zeugs. Naja, komm. Wir müssen ja irgendwann raus. Hallo. Hallo. Anybody in here? Oh no. What the heck. Was zur Hölle ist hier los? Ich hab das Gefühl, dadurch, dass wir so viele Verstecke hier drin haben, sind wir hier nicht alleine? Es ist halt echt dunkel. Ja. Ich bin hier. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wo wir hinmüssen. Okay, da also nicht. Hier rein. Okay, hier scheint ein gutes Versteck zu sein eigentlich. Aber vor wem verstecken wir uns eigentlich? Vor wem verstecken wir uns? Okay. 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 Jetzt ehrlich, ich weiß gar nicht, wo wir hin sollen. Okay. Okay. Da können wir nicht rein. Was ist hier drin? Okay. Locked. Locked. Okay. Das war die Tür von der anderen Seite. Okay. 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 ne machen wir nicht alter scheißen dreck zu auch zu Backbordseite holy moly alter ich finde einen Weg nach unten zu den Rettungsbooten na gut meine Freunde, das machen wir in der nächsten Folge ich bedanke mich fürs dabei sein und bis dann, ciao ciao